Das Restaurant Alfred und Otto begrüßt Sie zur diesjährigen Weihnachtsshow. Heitere Lieder und andere Katastrophen singen und spielen Donato Plögert und Stefan Dierichs. Dazu bringen wir Sie mit einem Drei-Gänge-Menü in weihnachtliche Vorfreuden. Werder Weihnachtswunderland im Alfred und Otto. Brandenburger Straße 10 in Werder an der Havel. Drum lasst euch nieder und seid gespannt im Werder Weihnachtswunderland. Wo sonst wird man so gut unterhalten?